Sicht von Herrn Aplex Weiß nicht wie die deutsche Nationalhymne Alles gleich schon los Das nehmen wir Cheap, Cheap Also Leute, die haben zwei, drei, vier, fünf oder so brauchen Geil Ja, Yoshital zum Grunde Start Ich bin der Fox McCloud Ich bin der Decay Ich bin Waluigi Auf Mr. Scooty Ich bin der Einzige Morten Ja, die Gegner auch zwei Walus Außer Alex ist einer oder Alex Ray Ich bin... 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 Aber ich wegsle ich meine Combo, weil die sind auch Decay Und wir genau nehmen die Apex Auf Arexer Ja Hä, der hat gelaggt Ich bin... Ja, die haben wir noch auf den... Hat den auch getroffen auf meinem Screen Ja, ja Ja Ok, die Metsche ist zu viel durchgefahren, oder? Wir haben die schon ein Mit... Also ich will nicht, oder? Ja, ich bin fünf Paul Wir können versuch'n den zu... Der hat auch einen Bumerang, aber Ok Nein, ich will nicht er ja 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 er kann's werfen ich bin nicht drücken gefahren nach hinten ne nach vorne achso ja wie es war denn ja ist egal ist egal der ist halt auch ein Bummer an uns da ist Top 3 oder wer ist 1? Top 4 Top 4 nice Top 5 Top 5 Top 5 wer ist vorne? Paulus äh Alex ist 1 ne achso wer ist denn 1? brennt 4 1 brennt 4 1 ah ich zieh auch gerade mal ich zieh auch wir haben mich Hallo ich falous mit einem Haufen yarrid Deck er hat über 1 Hachen ich hab truomen Schuppemann an ne ich dih'm gleich nochmal Double dann kann ich die halten alle sterne ich dih nochmal Double ja ich hab das Schuppemann an die Haufen bei mir jetzt sieht'n an im bawten auch auch ja das will ich noch mal ja, Top 3, Top 3 kannst du mir, ich gehe auf rechts stoppen ich lege bei Namen vor, auf rechts stoppen wir haben Top 3, wir haben Top 3 äh, ich mach Greens back auf der Brücke Ah, ich bin hinter dir ja, hab ich mich ich bin 2 ja, Top 3 Top 4 Top 4, ja ok, danke danke Alex ist auch DK, ja gut ja, das Problem ist die Gegner haben DK, Roy und Waluigi, das heißt ich kann auch nicht auf einen von den wechseln, oder beziehungsweise ich würde nix bringen Alex ist auch Knochen-Bowser, oder? ich bin Knochen-Bowser, ich glaube von den Gegner hat keiner Knochen-Bowser natürlich auch Knochen-Bowser aber von denen hat jemand meine Combo, glaube ich ja, ich finde RBS war doch sehr egal also, SSA ziehen die Leute halt easy shrooms von daher, in den Mittelspots RBS haust man sich dafür weniger weg von das finde ich nicht, ich finde das A irgendwie im Moment nicht so gut, aber ich finde der SSA ziemlich angenehm sogar, weil das ziemlich breit ist RBS geht halt ab der Double-Wamp kommt man nicht mehr gut ja, aber er ist so eine Scheiße eng egal, jetzt kommt diese Dreckstricke ähm, ihr Vater Lotharvie? nicht fair ja, ich bin halt kein Pinten deshalb frage ich schon ja, geh backen ja, geh backen ich fahr äh, ja, ich fahr auch ja, ich schau mal ich backe auf 2 Kioto ist streamed by the way auch im Call irgendwie, äh, Michael ok, ich backe doch ok kann ich Buh machen? ja oh god fuck, man sah noch mal ich bin nicht zu dir die haben die Top 2 so ich bin auf 1 da haben wir rechts halten ja, ich bin die sind lecks, ey die hätten Bombses ich hab' die ich hab' triple reds auf 8 jetzt aber mach' noch was, ich hab' noch ab so, ich bin 2 guck mal, Alter aber es ist einfach ein Bief vorne oh, weh, ganz oh, okay oh, okay auch die Bief der wurde trifft ich und dann noch die menschen haben jetzt zu tun was du soll machen auf der strecke 1 zu werden entweder du fährst von vorne durch und wirst nicht getroffen oder du magst ich finde es sehr schwer da muss man ja fast auf 3 oder 4,3 oder schon was machen oder du dodged aber wenn du hinten bist kommst du auch nicht ganz nach vor wird man dazwischen eke und irgendwie komisch ja das kommt davon wenn ich bagge dann läufts immer richtig schlecht ich muss einfach aufhören zu baggen sowieso auch competitive cheap cheap ja das ding ist tief haben sich zu dumm hing zeitverlangen beim stehen bleiben beim stehen bleiben verliebt man eine regelzeit das ist wahr war das ein Minus-Race oder? ja deutlich da stand auch noch einer von denen mit Dribbel-Schwungs da im Item drin wir hatten 3,4,6,8,10,12 oder so das war bestimmt eine Minus-13 oder so ne in MK8D sind die immer gerade die rennen oder was Minus-12 ich bin auf der anderen 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 wir müssen aber noch Plus haben ja wir hatten Top 14,12 im ersten sind wir eben nach vorne aber doch ich bin auf der anderen ich bin auf K 라는 ich bin auf der anderen ich bin auf der anderen Die haben jetzt gerade Top 3 Haben wir Top 3? Ja, Graf zuvor Aber da ist noch ein Waluigi hinter mir Wo ich glaube vielleicht... Ich bin schon klar Warte mal... Uko oder so Top 4 Nice Grau müssen sie in sein Ja Ah, die ist in Und da ist die Banane Ah Moment, die haben Feuer Die Bananen direkt nach einem Items-Drafter Oh, war ja klar Ich wollte die wegwerfen Du bist dann bitte nicht Ich glaube nicht Ich fahr ganz rechts Trotz 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 Ich fahr ganz rechts Trotz 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 Top 4, 6 Top 4, 6 Der hat ihn beinahe getroffen, war ganz knapp Top 4, 6, 9, nice Er läuft ja an Sanetag hier jetzt Drecke Der Turnpike? Das war jetzt so Jaaa Der Turnpike läuft ja super Wenn ihr das nehmt, nehme ich jetzt A Nein, ja, dann schlagt er was anderes vor Probieren wir halt Turnpike, wir müssen die auch üben Die hat ihn eh Vielleicht Planter Nein, die haben ein Leben nicht Ich mag die Ihr müsst ja auch immer Biker machen Nimm die Paul, ich hab's ja auch Das ist ein sehr gutes Race Ja, nehmen wir halt irgendwas Okay, danke Aber wenn wir Turnpike nehmen, ich sag's euch Es wird immer irgendein Biker 1 auf der Strecke Ja, aber Entweder ich oder Paul Jawoll, Paul Super Turnpike ist echt Turnpike ist echt so So eine Scheißstrecke Ja, ich geh auf die Coins Das ist echt so eine Scheißstrecke, wirklich Niemand, niemand könnte Niemand könnte so einen langweiligen und gleichzeitig so schlechten Custom Track bauen Wirklich noch nicht mal, wenn man's versuchen würde Jetzt haben wir so beide Fehlstart auf 1 und 2 Ja, hoffentlich Oh, ich geh auf Coins Ich hab Fehlstart Alter, wie viele grad sind Fehlstart, ne Ja, die haben sich alle gedacht, die wird jetzt nicht verkündet Ach, mein Gott Ich hab das Band, das ist tot, der sind gebraucht Äh, bei mir hab ich gar nichts gemacht Bei mir hab ich gar nichts gemacht Alter, das hasst du die Strecke, so nah Ja, jeder hasst die Strecke, der nicht komplett ist Ja, holen wir auch aus Ja, ich mag sie in den Fall fahren Die Bahn ist alle in die Autos Ich bin noch 3 Felken Oh, die Banane, gut, wir schütteln Hey Ich kann versuchen, den da mit den Bananen zu treffen Ja, ich kann so scheiße Und ich hab nur Felken und Musch getroffen Oh, die Banane, Alter Ich hab nur was gesniped Wer ist 1? Wohin auch, oder? Und 2? Ok, 2 sind die Gegner Ja, er ist Backspam Wir haben Schock, Gegner, Schock, Gegner, Schock Okay Ich bin nem Bullet Die Reden dich Oder ne? Der, der Triple Reds auf 2 gezogen Aber ich... Ich bin nem Bullet Die haben Stern dann Schocken gleich Ja, ja Die haben Blue Die haben Blue, die haben Blue auf 3 Ach, komm Ja, Alter Ich werd von jedem ins Auto gebracht, Alter Ich bin auf der Strecke einmal erster Ja, und dann noch ne Red Ey, come on Ey, come on Wie kann man denn so schlecht fahren Dass der so komisch zuwurft, Alter Ja, ich bin letzt... Komm von 1 auf 12, genau Wer ist 4? Äh, 3? Ich weiß es nicht Wie glatt bist du in 3? Jungen, jetzt sind 4 Ja, echt Ich hab ja nicht gesehen, ich bin durch ein Kleiter Weil ich dachte, du wärst 3 und würdest wegstehen Ja, du wärst 3 und würdest wegstehen, oder so Ja, doch, es liegt halt an der Strecke Ja, das ist... Also vielleicht, das ist nicht so schön Ja, von 1 auf 2 auf 11 Aber die hätten nie noch die Blue gehabt Also von daher, war einfach... Ja Schatz mal Nein, nein Ich will noch keinen Schießstand gegen so jemanden Ich will... Ist Grumble Volcano okay? Ja, okay Ja, ja Ja, irgendwas, wo man ein paar Kurven hat zum Fahren Weil die sind so viel langsamer als wären N64 Rainbow Road Ey, Paul Wirklich, gegen solche Gegner geht sowas nicht Wenn die ihre Items in der ersten Box rauswerben Und du wirst getroffen, bist du garantiert letzter aus sowas Wie N64 Rainbow Road Ja, aber ich hab die Strecke CTs, also... Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, ist doch geil Ja, das kann ich... Ein Treffer kostet 4 Sekunden Ja, da ist einfach noch 2 Sekunden hinten Ja, eben, das ist es ja Item... Wirklich, Item Awareness bringt einem auf jeder einzelnen Strecke mehr als VR Lines Das ist einfach so Ja, ein Treffer und du... Du hast ein Zeit-Unterschied zum VR-Locker drin Der hat VR hat keinen Knopf Ich bin hinter die Felton Jetzt hat die so Abgangsungsansatz Ja, das ist ja Ja, das ist richtig Ja, das ist richtig Ich kann einrollen Oh, Felton... Oh, ein Felton... Ich bin auch bei G dabei Kannst du gut verbrauchen Ich werde den Cut versuchen und wahrscheinlich runterfallen Ich werde mich dann ärgern Das ist nochmal Boost Ja, du hast es für ein Stück Ja, ich cutte meine Ja, das ist ja Ja, das ist ja Wichtig Ja, das ist ja Die haben Triple Greens auf 3 Ja, und die schießen die nach vorne Ja, komm ich früh vorbei Ich bin hier vorne Mehr zum Trailen, die Leute Ja, okay, Leute Ey, oh, sorry Felton Ich hab' jetzt noch einen Zeltchen, als ich getroffen habe Ich hab' jetzt noch einen Fünf 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 Ich versuche den zu treffen mit meinem Feuer, Reynard, aber das ist grad so gefährlich. Das ist gar nicht gefährlich, ist das. Blue kommt. Ja, kann ich auch. Nein, ich... What the fuck, man! Ey! Nein! Ja, wenn ihr... Green hat sich halt gehofft, die zu flammt, oder? Ich fahre ein Folgen. Ich brauche eine Red Team. Ja, das ist ein Folgen. Ey, ich hab noch meinen Einten. Und das ist die Folgen stehen auf die Green Team. Also, Paul, ich möchte jetzt echt nichts sagen, aber du hast meinen... Erst hast du mir die Red in den Arsch gefampt, also hast du mich abgeworfen, und dann hast du mir noch mit dem Bull auf den Stern geklaut. Habe ich gerade einen mit meinem Feuer getroffen, am Ende. Es war ein Gegner mit Stern vor mir. Vielleicht du hast mich aber abgeworfen mit der Red in Stand ich da, und dann... Da hab ich dich lucky bekommen, stremm sie durch, und ich fliege zum Bulle, sonst lau's mir dann ein Stern noch raus. Ich griff dich auch noch mal. Äh, wir haben zwei, drei, oder? Aber sonst viel hinten. TM vielleicht? Ja, komm. 2, 3, mehr. TM? Ja, ja. 2, 3, mehr. 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 4, mehr. 3, mehr. Ich hab den da gewandt, hat auch umsinnig gefeiert, ich hab den da gegründet. Ich bin auf 2 Alex, dann gegründet. Ok. Ich bin da 1. Wer lacht? Hachter. Der war Luigi, ist so slow, Alter. Ich hab den da gegründet. War rechts rum, ich hab den da rechts, 2 Reds. Wie du kannst doppeln nehmen, Arsch. Passt. Auf der linken Seite wächst nämlich 2 Redshells, auf der langen Rade auch da zu sehen. Die haben einen Blumenarm, die kommen gleich vorbei. Ok, ich halt raus. Ne, sie haben mich nicht drückt. Wow, die ganzen anderen. Ich bin im Stern, Alex. Ja, ich draft. Ich bin auf 2. Ich bin auf 3. Ich bin auf 3. Besser, der war. Achso, oh komm, du wirst du weggegeben. Ich lass doppel da, ich lass doppel da. Ich bin 2, aber... 3 ist ein Blumen. Wer ist 3? Ich kenne mich davon aus. Wer ist 3? Ich bin nicht. Igory. Ich bin 6, Paul. Ja. Und ich ziehe Kata auf 6, aber die Gegner vor mir auch. Ich ziehe jetzt Kata auf 7 mit Stern. Nicht mit auf die 2. Ich bin aber noch weit weg, Alex. Halt raus. Ja, ja. Kein Gott. Du willst das auch ruhig fahren. Äh, ich hab nachmitteln schon ein Stück von Bananen. Weynard, Weynard, fahr mal links, fahr du links, ok? Ja, ja. Ok, ich hab jetzt schon die Bananen. Äh, ich, ich leg die Force doppelt. Ich block das doppelrecht. Der ist in Top 3, Alex. Ich bin noch hinter dir, Paul. Ja. Pass. Oh fuck. Habe ich... Ich wurde nicht getroffen. Habe ich dich getroffen? Ja. Alter. Ich bin noch hinter dir, Paul. Ja. Oh fuck. Ja. Bei mir ist so ein... Bei mir wurde so angezeigt, dass ich dich, dass ich irgendeinen getroffen habe, der aber irgendwie so noch ein Stück weiter gefahren ist. Das hat vielleicht kann ich ein bisschen irritiert. Ja, Top 2, 4 haben wir. Was nehmen wir? Ja, ähm. Wir können eigentlich Mount Valken nehmen. Wir haben Mount Valken oder? Es ist ab, wie du dich jetzt an. Probieren wir Mount Valken. Ich glaube, wir haben da einen deutlichen Vorteil links. Und... Ja, by the way, ich wechsle auf Trailblau oder an Street. Ich wäre eher auf... Weil wir fahren die Strecke recht oft. Beziehungsweise sind sie oft gefahren, Franzosen. Gegen Spanien kann man leider keine Empty-Kombos fahren. Aber mich hat sich jetzt so ausgestellt. Bei der Fall fahre ich inzwischen auch nur noch, ähm... Ich fahre halt nur ne klasse Schwier, aber deshalb... Ah, fuck. Das ist wie der Katz-und-Maus-Jagd. Wer die Bombe hat gewinnt. Und die Tür. So, Hälfte ist vorbei. Und ich denke, es ist ungefähr ausgeglichen. Ich muss ja mal in 3er-Schrumpf-State genommen nennen. 1-Schrumpf-State. Ja. Ja, ich mach echt die Triple-Schrumpf-State. Ja. Meistens wird ja aber... Ja. 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 Und 10 coins hab ich gleich. Ich hab 12. Nicht mehr doppelt. Ich hab Kupf-State. Ich hab Kupf-State. Ist jemand auf der linken U-A? Ich hab's beim linken Weg. Ich hab's beim linken Weg. Äh, Triple-Ananas. Nein, Arie Kupf-State. Nein, Arie Kupf-State. Ich hab's beim linken Weg. Hab den. Nein, jetzt ist es wieder. Und so auf Alex ist es, ne? Ich bin hinter dir direkt. Ich bin hinter dir direkt weg. Ich bin hinter dir direkt weg. Jetzt wird mich auf 1 in Cloud. Ich drafte. Danke. Und ich drafte nochmal Alex. Ja. Ich hab die drafte. Ja. Ich hab die drafte. Ja. Ja und... Und ich werd Platz ziehen. Und ich werd Platz ziehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das wär lustig. Ich hab einen Boomer gemacht. Ja, du darfst. Wann anders vom linken. Äh, bitte keinen Boomer machen, wenn's geht. Ja, du hast einen. Nice. Ich bin... Ich bin... Ich bin 2... Ne, 3 bei Lüster. Du kommst. Du kommst. Ah, ich hasse mein Leben. Ah, ich hasse mein Leben, ey. Ah, ich hasse mein Leben, ey. Railplex fahr gleich links. Ok, ich fahr links, fahr links. Im Hintergepfel. Ab 2. Oh, das fällt dir so eng. Ich bin 1 mit Double Shoes. Ah, sehr eng. Ja, ich werde 1, wenn kein Boomer kommt. Oder ich bin mir kein Web besser gesagt. 3 mit Double Shoes, aber hab dann... Wollte ich, ich hab dann, ah... Ja, mir wird... Mir wird der Pilz im Shortcut wegklausen. Es ist so gut. Ach, das ist so gut. Wie viele eure Farben umhatten? Die hatten alle Schuhe. 3... Ja, alle Schuhe. Ähm... Soll ich... Soll ich euch was sagen, wie ich auf der Strecke 1 geworden bin, was ich am Anfang gesagt hab? Ähm, ich hab zweimal die erste Box genommen, hab dann Triple Shoes und Single Shoes bekommen und hab das ganze Rennen keine einzige weitere Box eingesammelt. Ich hab einfach nur 3x Cut gezogen. Das ist auch die Strecke, die auf der Strecke nur das Problem ist, gegen welche Gegner funktioniert das nicht mehr, weil die das dann... Doch, das Problem ist nur, wenn du die Items nicht siehst, genug Shroom sind. Naja, aber... Erste Set kriegt man immer Shroom und Triple Shroom, wenn man da steht und wartet. Und das einzige, was hätte passieren können, ist, dass die Gegner halt Reds chained. Können wir Hero Circuit nehmen? Ja. Oder... Maud Vario kann ich nicht so gut, aber könnt ihr trotzdem wählen, wenn ihr wollt. Ja, ich bin halt Gefahr, aber ich hab dann zum Schluss nur Boomer ran und Red und Single Queen bekommen auf Bye und dann sind alle vorbei. Einmal der erste Show kommt der Blaue. Wird der Meister halt sagen. Ich geh auf die Linken Coins. Ich geh auf die äußeren Coins. Ja, ich bin weg von... und ich bin beim Trail. Was ist Piss? Haben wir es hier? Alex vorbildlich, bin hinter dem. Wow, ich frag gegen die Blume, Alter. Alter, wie viele, die sind Shortcuts? Achso, das bist du. Fuck. Ja, Alex. Ich... Ich zieh Pat auf 9. 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 Ja, du hast nicht mal nach außen die beiden. Ja, du hast nicht mal nach außen die beiden. Der Bomber auf 1. Durch eine 2. Oh Gott, der Bomber war mal 5. Kann ich einen Buro anmachen auf 8? Oh 9. Ja. Kann ich einen Buro anmachen auf 8? Nee, der Bomber. Schau doch. Schau doch. Schau doch. Schau doch. Schau doch mal rein. Top 2 Film fangen wir. Der Bombermangel dauert nicht? Banane, letzter Teil. Ich fände, Alter, wo kommen die ganzen Boomerangs, ey? Von Luisa. Wir haben Top 3. Echt? Ja. Was mache ich jetzt mit der Red? Halt sie, halt sie. Halt sie, halt sie. Halt sie, halt sie. 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 Ey, die sind Bummerang jetzt. Das ist ja echt. Ey, Leute. 3. Ich mach fucking aus. Was ist? Ich wurde gerade 6 Mal hintereinander vom Bummerang von Luisa. Luisa getroffen, weil die nur Bummerang zieht. Du wirst jedenfalls in Wurf triffst. Pass auf, Banane, Mitte, alle. Zwei Banane, bitte. Was? Was war das? Was war das? Da war eine Banane noch gar nicht. Haben wir Top 3? Ja, ja. Wir haben Top 3. Oh, Top 4, danke. Top 4 und 6, passt. Haben Top 3. Ja, gutes Rennen. So, jetzt ist die schlimmste Strecke auch schon mal hinter. Perfektes Ergebnis. So, jetzt können wir Mount Vario nehmen. Jetzt können wir Mount Vario nehmen. Oder Vario Stadium natürlich. Ja, Vario Stadium. Aber ich glaube, Mount Vario Kontakten geht viel mehr. Mount Vario Stadium. Ja, wer ist denn vorne? Wer ist denn 1 und 2 geworden? Ich, ich bin 1 und 2 geworden. Ich, ich bin 1 und 2 geworden. Ich bin 1 und 2, Leute. Ja, wenn du Mount Vario wählen willst, dann nehmen wir das halt. Nein. Also, ich würde mal sagen, 5 zu 1 für uns gegen Weiner. Jetzt kommt meines her. Jetzt kommt's. Nee, RWS meine ich auch alles. Guck mal. Jetzt kommt's. Jedes Mal die letzten 3 Worte. Ja, der heißt, wenn ich lab 1 nicht die Welt in die Welt, wenn die Welt nimmt, weil es auch heute mal gebammt wurde. Ja, wie es ist halt für den ersten gut. Und ansonsten, ja, die anderen müssen gucken, dass sie nicht zu Tode gebammt werden. Ich fahr mal. Ich auch. Ich fahr auch. Es ist eigentlich besser. Ja, ich fahr auch. Vor allem wenn es die Gegner nicht so stark ist, geht es schon mal. Ich fahr nix. Ich fahr nix. Ich fahr nix. Ich fahr nix. Das ist was raus. Ja, und alle Klicken beim Bang erstmal. Na geil. Ich hab mh mit dem Schuhen gehackt. 100% ziehen die in Schock und dann sterben wir wieder. Und dann fahr ich wie bei einer, bei einer. Ehm, Constraint. Wait up. Constraint. Ich hab ne Single Red. Wer ist dieser Barloid? Ich hab ihn gehabt. Diesen Barloid. Ja, ich hab ihn getroffen. Ich nehm gleich. Ich nehm recht. Hast du ihn weg? Wir haben im Top alles, glaub ich. Nee, ich bin 12. Ich hab Schock. Ja? Ja? Ja. Ja. Ja, ich... Doch, ich denke. Ja, haltet. Vielleicht zieht noch einer einen Buh oder so vorne. Ich zieh auf eins. Und traile. Was? Ja. Ja, war... Ist egal. Ja. Sonst wäre er auch nicht besser geworden. Ich fahr außen, weil ich nicht bald gefahren bin. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Soll ich jetzt... Plastik. Plastik. Ich traile auf 3. Ich hab ihn. 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 Wer ist 1? Die, oder? Die. Oh, der... Das... Er fällt nicht. Ich hab ihn red oder wird Katzi. Ich hab ihn. Wirst du mich vorlassen? Wirst du mich vorlassen? Ja, hast du es schon erledigt, genau? Aua. Ja, ich bin... Ich hab einen runter. Äh, der... Der eine mit 1 kommt hin. Ich hab ihn schon auf 2. Ja, ich hab ihn schon auf 2. Ja, egal. Ok, schon verschwunden, ne? Radium 1, du bist mit 3 Ja egal, wir haben 2 bis 6 oder 2 bis 7 sogar Nice, nice Äh, Dolphin Schultz? Oh Top 5, wie kann das denn sein? Ich glaub inzwischen haben wir's gedreht Ja Wie wär's mit Mario? Ja Nehme des Gar nicht, auch wenn die Erste sind Also, ich hätte gesagt Dolphin Schultz, aber Die sind bei der Angel Back, wo man den SMT runterhält Die können das nicht, die machen das nicht Ja lass auch Dolphin Schultz und dann auf Streetl gehen, oder nicht? Aber Dolphin Schultz ist so eine Spam-Strecken mit den Altwüsen nach vorn Mit den Feuerwellen, die Greens Lass trotzdem mal Dolphin Schultz gehen Da ist jetzt auch 3 nicht sicher, wenn du keinen Abstand hast Dann geh ich auf Streetl Ah ne, ich hab Streetl nicht gefunden, ich musste Galere nehmen Galere Galere Galeren-Card Oder was? Oh je, ein Drittel Chance Beziehungsweise zwei Drittel Chance, dass meine kommen, wo Atagavich ist Exender ist auch zugelebt, ähm, äh, den, äh, wie heißt das? Galeren-Fahn Sweetman Galere 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 Der ganze SVC ist Streetl oder Galere gefahren Fahrzeug Galere Ja, Drive also Galere Leider nicht Morten Galere Aber was soll's Noch, noch drei Rennen oder so, ich denke Nur noch drei Rennen? Ja Oh leu Du musst jetzt 3 Rennen Du musst jetzt 3 Rennen Du musst jetzt 3 Rennen Besser rein Oh, das ist noch nicht schön V-Start Galere, V-Start Das ist noch ein Kraft Ja Der ist 2, die ne Die sind grad frei Ja 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 Kann ich jetzt 3 Rennen? Ja Ja, schade Ich muss ja Ich muss ja Ich muss ja Boah, ey Ich bin 1 und ich bin 29 und ich würde nicht Ja 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 Ich bin 4 6 Draft Draft Alex, ich fahr vorbei Ja, von Ja Ja Ja, das ist meine Einblick Ich trifft hier Hast du Blu, Blu, Blu Wo fährst du? Bist du? Ja, ich... Mach ich eher noch nicht Na ja Wajnaut, ich hab einen Schwume und danach hab ich Triple Greens Weil sie mir geklaut werden, dann komm ich halt raus Ja Soll ich... Ne, ist egal Ich drafte Ich könnte den reinschieben, aber du sagst auch, ja. Hinter den. Ich hab den mal gehört. Ja, hast den okay, ja. Ich halt den schon mal wegen du, aber falls der geklaut bekommt, die Chippen ist. Ja, du hast dich grad ein bisschen aufgegriffen. Ja, sorry. Vorsicht, die haben wir red. Fuck it, bro. Ja, warum backstabst du denn den Redstall, Alter? Dann kommt der bescheuert. Keine Ahnung, hast du nicht. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Paul, ich fahre nach rechts weg und ich blieb die Bananen auf. Okay. Haben wir Töpficherei. Da sind Queens. Ja. Bananen auf der letzten Rampe, bitte. Ja, ich nicht. Ah, ich bin eingefallen. Ich bin hier noch. Okay. 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 Okay, gut. Nice. Puh. Na ja. Ein Rennen noch oder zwei? Zwei. Zwei noch. Okay. Ja, wer ist? Ja, komm, wir nehmen. Ja, ja, ja. Ich glaub, wir haben das gedreht. Ja. Ja. Kann man so sagen. Ja. Übrigens im Gruppenchat auf dem MKU's aber hat der eine nach acht Minuten gecheckt, dass wir jetzt zäunen müssen und uns zehn still nach und zu regeln, dass ich starten muss. Leider von den Gegnern. Das ist so unentspannt. Ich bin übrigens wie der Wiggler. Start now. You only have until ten. Nein. Lass mich raten, das war bestimmt Hugo XP, oder? Richtig. Oh, ja. Von dem hab ich schon so einiges gehört. Ja, wer ist. Der hat wohl in der ganzen spanischen Community, hat er die immer schon ein bisschen aufgemischt mit, das ist glaub ich so ein bisschen der spanische Felix, so mäßig. Dabei heißt... Ja und da war ja hinten, der ist eigentlich sogar in der Regel. Ich mein, ich kenn die, aber... Die hat keins. Die haben uns umgedrungen, wenn ich nicht verstehe. Die waren von zwei. Ah, diese waren von uns. Ich hab Angst. Ja. Ja. Na, jetzt haben wir uns selbst vermuten. Ja, klar. Boah, ich hab neulich so nach zwölf gedacht. Ich hab Schuhe. Ich hab den Nachbarn nahen. Ich hab Schuhe. Ich hab Schuhe. Also fällt mir vorsichtig, weil ich bin da hinter dir. Ehrlich, ich ziehe Karte auf zwei. Kann auf zwei. Wer war das? Ja, ich bin nicht reingefahren. Nee. Die BANANE! Oh BANANE! Oh BANANE liegt richtig. Ja, die liegt genau der Line. Alter! Ich habe fucking Gotlick gelegt. Von zwei auf 12. Geiles Spiel! Ja, das ist zwölf. Eine Schwecke. Ah, ich hab Blu. Ich bin eins. Ich hab mit Blu. Ich hab mit Blu. Ich hab mir Blu. Ich hab mit Blu. Booboo, ja. Hast mir die Bühne geklaut, ist super. Ich versuch ne Hupe zu chanen. Wär gut, weil sonst... Banane bricht nicht tight vor der Rampe. Hälplex sollte es erst bei der Banane. Du kannst werfen, ich hab Hupe. Okay. Ja, danke. Ja, und die haben einen Chip-Lighted. Ja, und ich schaff. Ich weiß, ich löse halt... Ja, und dann Bullets. Egal, ich weiß. Ach, dieser... Kommt sie von der Wallet? Ich brauche mich. Also ich kann mir erstmal eine Aushaltnis... Ja, ähm... Spam, Spam Japaner. Danke. Ja, danke fürs Halten, Paul. Ja. Ja. Sind noch... Ja gut, 1, 5, 6... 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 Die Gegner willn auch Raceway. Also falls du dich damit abfinden kannst, zu Idee zu gehen, zu Inward, dann ist es okay. Aber nee, Spaß nehmen, was du willst. Ey, sag mal, wer... Wer ist eigentlich dieser, dieser pinke Mi, der mit dieser Abklatsch-Sünder-Mi? So... Keine Ahnung. Weil, was zu... Naikon heißt der. Naikon heißt der. Ja, das ist doch ein Rishi-Sünder-Mi, alter. Ja, das ist auch. Naikon, ey. Ja, das ist echt so. Ach, geil. Haha. Ja, geil, ich hätte es auch noch rot gebumpen. Ach, so. Ja, eine Coin. Ich weiß nicht, ob der Red gezogen hat. Nee, hat er nicht. Nee, der hat auch eine Coin. Ja, die Drafted aber. Na, Bananen. Versuch doch mal zu snipen. Komm! Ah, schade. Ich gehe aufs Doppel. Nee, er geht auch. Ich hab einen Red oder alles. Ob er geht nicht? Ey, versuch mal die zu boomerern. Nice, hast alle. Und hast alle, nice. Ja. Ich traine. Ich traine. Auf zwei. Äh, Bubu. Ja, mach. Der ist vorbeigeschrieben. Ah, der kommt. Ich gehe nach außen. Und ich krieg die Red ein. Hab einen geradet? Ich bin... Was? Ich bin hinter dir. Hey, Black. Okay, gut. Ich habe eine Dusche. Äh, wer? Ey, hoffentlich hält er nicht an. Ja, an die Dusche. Ich bin hinter dir nicht. Ich bin hinter dir. Okay, bin eins mit zwei Dodges. Soll ich... Soll ich train tanken? Soll ich train? Okay, ich train, ich train. Oh, alles. Ah, ich trafte... Nein, ich wollte die grad wegwerfen. Sorry. Jawoll. Soll ich da wegwerfen? Soll ich da wegwerfen? Ja, ich fahr... Von wem war die Bombe? Von mir. Ja... Ja, ich war letzter. Also... Egal. 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 Banane letzte Kurve. Wir haben top 2. Nice. Ich hab glaub ich noch ein, zwei von denen getroffen. Nein. Ja... Ja, sorry für den Jail, Arex. Aber als ich gedraftet hab... Ich hab die A88, du hast alles weg. Boah, das war so ein Geficke. Ja. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Jota, ich hab die A88. Hat man das grad gehört? So. So. Nein. Scheint nicht. Ich hab... voll mein... Handy auf den Boden geworfen. Irgendwie. Aus Versehen oder extra? Ja. Scheiße. Aber es geht doch. Bevor ich nochmal gegen solche Leute spielen will, hau ich... gerne weg. Ja. Mein Tanz. Ich war vorne auf 3. Was ist? Einer quält auf 4 und leckt mich weg. Dann bin ich 11. Ja, ich wär auch mit Schumus auf 4 gezogen. Dann kam das in Feuer und hat mich getroffen. Die machen das so... Wie können die das? Die halten ein Item raus und... Bäm, alles weg. Ja. Hm.